Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Informationsvideo. Ich habe mir vorgenommen in den nächsten zwei Wochen ein kleines Experiment zu starten. Ich würde mich freuen, wenn ihr daran teilhaben würdet. Ich möchte meinen Content diesmal für zwei Wochen einfach mal immer auf Twitch streamen, bevor ich das Ganze auf YouTube hochlade. Wie soll das Ganze funktionieren? Ich werde in den nächsten zwei Wochen an 12 von 14 Tagen live streamen. Also sechs Tage die Woche, jeden Tag außer Samstag. Die nauen Zeiten sind eigentlich immer abends um 17 Uhr, mit Ausnahme von Freitags. Freitags möchte ich jetzt ganz schön ein bisschen früher haben, einfach aus dem Grund, dass Freitagsabend sehr, sehr viele Leute streamen, wie ich selber schon festgestellt habe. Deshalb ist es ein bisschen blöd, das dort zu machen. Dann möchte ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt streamen. Außerdem kann ich so anderthalb Tage selber Wochenende machen, was ich auch ganz schön finde, muss ich zugeben. Ja, was soll es dann geben? Das Ganze seht ihr hier eigentlich schon eingeblendet, unterteilt in zwei Wochen. Das ist relativ wichtig, denn ich werde auch Content zusammen mit Zyrok ausstrahlen. Die 2 gegen 2 Folgen. Damit geht es morgen schon los. Montag ab 17 Uhr werde ich 2 gegen 2 mit Zyrok aufnehmen, von 17 bis 20 Uhr und im Anschluss noch zwei Community Games machen. Zyrok kann allerdings immer nur alle zwei Wochen einmal. Deshalb würde ich auch für diesen Testlauf das gerne so machen, dass ich eben das einfach so umsetze quasi, dass es einmal in der ersten Woche dann Aufnahmen mit Zyrok gibt und in der zweiten Woche, da sitze ich gerade so ein bisschen vor, gibt es ganz normale Ladder 1 gegen 1. Das muss ich dann eben so machen, weil Zyrok eben nicht jeden Motor kann, sondern nur jeden zweiten. Und das soll man natürlich dann auch simulieren in diesem Experiment. Ja, das soll es geben. Uns interessiert gerade eigentlich nur dieser Twitch-Blog. Also nicht das hier, das wäre der YouTube-Blog, sondern das hier und das ganz oben, da kann ich nicht drauf zeigen, da. Seht ihr ja, wo 13 bis 20 Uhr steht. Das ist der Plan erstmal, wie ich die Folgen auf Twitch oder wie ich den Content auf Twitch produziere. Dienstags, Donnerstags, Freitags und Sonntags gibt es dann 1 gegen 1 Ladder und eben nächste Woche Montag auch, nur nicht morgen oder beziehungsweise am Montag den 21.1. Ich weiß ja nicht, wenn ihr dieses Video guckt, dann nämlich nicht. Da gibt es dann halt 2 gegen 2, ansonsten gibt es da normale Ladder. Und diese Ladder werde ich immer in 2 Stunden Abschnitte unterteilen, was ziemlich lang ist, aber immerhin besser als 4 Stunden, denke ich. Und die werde ich dann ausstrahlen. Wie das geplant ist, das seht ihr quasi oben in dem Blog. Also da steht beispielsweise Donnerstags um 13.30 Uhr, also es steht 1 gegen 1, 1. Das ist quasi der erste Block Protoss Ladder. Und am Dienstag von 17 bis 21 Uhr nehme ich den ersten und den zweiten Block aus. Auf, nicht aus. Ja, da könnt ihr euch dementsprechend hier einlesen, wie das Ganze funktioniert. Was ein bisschen mehr Beachtung bedarf, das werde ich jetzt noch ansprechen. Das ist einmal sonntags, wird es von 19 bis 21 Uhr Community Games geben. Das ist relativ lang, aber ich dachte, bevor es jetzt immer die Frage gibt, wann sind denn jetzt mal Community Games, wie kann ich mich darauf einstellen, wollte ich einen festen Termin haben. Und sonntagsabends, denke ich, ist eigentlich ein ganz guter Termin, wo die meisten Leute, die da mitmachen können, wollen, können sollten. So rum. Und deshalb habe ich mir das ausgesucht als Termin. Ausgestrahlt wird es dann immer in der nächsten Woche, Freitags um 13.30 Uhr, wer hier auch seht. Diese Community Games, die ihr Donnerstag seht, sind die, die eben zusammen mit ZAROK aufgenommen werden, am Montag. So, was fehlt noch? Mittwoch, der Blog. Mittwoch ist nämlich ausnahmsweise mal kein Stargriff 2, sondern da werde ich was anderes streamen. Wie mir das gefällt, weiß ich noch nicht. Das soll eben dieses Experiment auch klären. Natürlich sind auch die Aufrufe auf YouTube anders bei Sachen, die eben nicht Stargriff 2 sind. Das ist mir durchaus bewusst und das wird auch sich in Livestreams so widerspiegeln. Aber vielleicht finden ja einige von euch so zu anderen Spielen, einfach weil sie das schön finden, wenn ich das zusammen mit ihnen spiele, wenn sie da mitwirken können im Chat. In diesem konkreten Fall wird anderes Anno 4.04 Venedig sein. Mittwoch jeweils diesen Mittwoch und die Woche darauf den Mittwoch. Dort werde ich dann quasi sechs Folgen aufnehmen, die jeweils eine halbe Stunde sind, sodass wir insgesamt auf drei Stunden kommen. Von 17 bis 20 Uhr ist der Livestream. Ausgestrahlt werden die Folgen dann von Freitags bis Mittwochs. Dass Donnerstag keine Folge kommt, hat rechtliche Gründe. Ich darf leider nicht, also es müssen 24 Stunden sein, seit ich das dann auf Twitch gestreamt habe, bevor ich es auf YouTube bringe. Und dementsprechend kann ich Donnerstag nicht die Folge bringen. Es sei denn, ich würde das so machen, dass ich quasi die siebte Folge am Donnerstag bringe von der letzten Woche. Dann wäre das aber so, dass Leute nicht auf YouTube den Content gucken könnten und dann nahtlos quasi einsteigen. So habe ich das nämlich so, dass wenn ihr den Livestream am Mittwoch quasi verpasst hättet, könnt ihr von Freitags bis Mittwochs morgens die Sachen nachholen, in Anführungsstrichen, und könnt dann lückenlos abends im Livestream dabei sein und das aussehen. Das war mir eigentlich sehr wichtig. Deshalb habe ich das Ganze so gelöst. Das wirkt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber hat schon Hintergedanken. Ja, das sind quasi die Sachen, die gelivestreamt werden. Gucken wir jetzt nochmal ein bisschen in den YouTube-Ausstrahlungen. Habe ich ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem 6-Uhr-Blog. Den haben wir quasi schon abgehakt. 13.30 Uhr-Blog. Dort werden Folgen ausgestrahlt, und zwar eigentlich immer die Leather-Folgen, mit Ausnahme von Freitags. Also alle Leather-Folgen kommen eigentlich auf dem Blog. Freitags kommen sie bewusst nicht dort, weil freitags von 13 bis 17 Uhr ist ja der nächste Livestream. Da wäre blöd, wenn ich den Livestream auf den Zeitpunkt setze, wo ich eigentlich gerade livestreame. Deshalb habe ich mich dafür entschieden, das so zu handhaben. Ja, was gibt es noch für Besonderheiten? Genau, Highlight-Games. Was kann man sich darunter vorstellen? Leute, die schon länger meinen YouTube-Kanal sehen, haben das schon mal gesehen. Das habe ich schon mal so gemacht. Da werde ich einfach bestimmte Spiele, wo ich das Gefühl hatte, die sind irgendwie besonders. Da habe ich besonders gut gespielt. Oder Magick, da hat irgendwie, was weiß ich, Mars-Battletruiser gespielt und mich damit an die Wand gespielt oder mich geworker-rusht. Und das war ganz toll. Irgendwelche so Besonderheiten oder einfach eben schöne Spiele. Die soll es dort geben. Die werden dann natürlich quasi gedoppelt sein. Die habe ich quasi dann hervorgehoben in diesen Highlight-Games, aber sie werden auch in den normalen Letter-Sessions kommen. Das heißt, die Leute, die sich sowieso die ganze Letter-Session angucken wollen, finden das vielleicht nicht ganz so interessant, aber es wird halt auch viele geben, die nicht jeden Tag zwei Stunden meine Letter-Sessions gucken wollen. An diesem Punkt hake ich auch noch mal ein. Jeden Tag zwei Stunden. Samstag seht ihr zum Beispiel, dass zwei Letter-Teile ausgestrahlt werden. Eigentlich finde ich vier Videos pro Tag schon echt heftig, was ja Freitag und Samstag jetzt passieren wird. Aber ich habe keine Lösung anders gefunden, wie ich das sinnvoll unterbringen kann, weil einfach so viel da ist. Man könnte das halt statt einem Highlight-Game machen, ja. Aber toll ist das trotzdem nicht, weil erstens dann die Verschiebung von Woche 1 zu Woche 2 ist. Dadurch, dass das dann quasi alle zwei Tage ist, ist das schon komisch, das richtig dann zu timen. Plus, ich würde ungern auf dem 18 Uhr Slot Letter bringen, wenn ich parallel streame. Das ist das gleiche Problem, was es Freitag, Mittag zum Beispiel gibt. Ich denke, das lässt sich nachvollziehen. Falls ihr aber irgendwas nicht nachvollziehen könnt, könnt ihr das sehr gerne jetzt in die Kommentare schreiben. Ich werde gerne Fragen dazu beantworten. Und ich wäre sehr froh, wenn ihr einschalten würdet für die Sachen auf Twitch. Denn deshalb versuche ich das zu machen, weil ich einfach sehen möchte, wie ist das mit der Interaktion. Und ich finde das, Leute, toll, wenn ich alles streame. Werden natürlich nicht alle immer dabei sein können. Das geht einfach zeitlich nicht. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich würde das ganz gerne mal so machen und schauen, wie mir das gefällt für die nächsten zwei Wochen, wie eben gesagt. Ja, das waren quasi jetzt alle Ankündigungen. Das ist auch schon ziemlich lang. Acht Minuten. Ach, was ich noch eben einmal zeigen wollte. Genau, das habe ich fast vergessen jetzt. Ich habe hier mal einmal kurz das vorbereitet. Das Ganze wird nämlich stattfinden. Also die Livestreams werden stattfinden auf twitch.tv. Nergrix. Könnt ihr mir sehr gerne folgen. Ich blende mal ganz kurz. Das ist die falsche. Das ist die richtige Szene. Ich blende das mal ganz kurz ein. So sieht das aus, wenn man das aufruft. Habe ich auch ein bisschen überarbeitet. Ein paar Leute haben das schon gesehen. Und dort gibt es nämlich hier neben diesen ganzen schönen Blöcken, wo man hier zum Beispiel auf den Discord kommen kann. Guter Punkt übrigens. Auf dem Discord werde ich auch regelmäßig Sachen posten. Falls irgendwas mal spontan ausfällt oder so. Das ist quasi der Newsfeed. Könnt ihr gerne auf den Discord kommen. Da werde ich solche Sachen schreiben. Aber was ich eigentlich hier sagen wollte, ist hier diese Schedule Expansion. Ich rück mal ein bisschen nach rechts, damit ihr das besser seht. Dort stehen alle Termine drin. Montag, was morgen jetzt ist, zum Aufnahmezeitpunkt und auch zur Ausstrahlung dieses Videos. Gibt es von 5 bis 7.30 Uhr. Stark mit 2 gegen 2 mit Zayrock. Und von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr. Community Matches. Kurze Randnotiz. Eigentlich wäre es 5 bis 8.00 Uhr. Und 8 bis 9.00 Uhr. Aber um 8.30 Uhr ist es morgen Handball. Deshalb musste ich da ein bisschen einsparen. Aber pst. Dann haben wir zum Beispiel am Dienstag Letter Session. Mittwoch, 1.40 Uhr, Venedig. Donnerstag Letter Session 5 bis 9.00 Uhr. Freitag dann von 1 bis 5.00 Uhr. Das Unterschied. Und so weiter und so fort. Könnt ihr hier schön durchscrollen. Habe ich jetzt für diese zwei Wochen alle eingetragen. Ich hoffe, dass das gut zu sehen ist, was ich damit meine. Und dass da die nächsten Events eben schön dastehen. Ansonsten gerne Nergorix folgen. Guck mal, ich habe als Bot noch nicht mal dem gefolgt. Aber ein Abo habe ich hier. Ist doch schön. Ich bin Subhype. Könnte ich zum Beispiel schreiben. Als Nergobot. Ja, der Nergobot hat das ja, um hier eben auch das zu haben. Aber das sei mal nur so dahingestellt. Ich hoffe, einige von euch sind dabei, wenn das Ganze gemacht wird. Ich werde den Plan, den ihr gerade eingeblendet gesehen habt, auf dem Discord nochmal verlinken. Wie ihr da hinkommt. Wie gesagt, hier draufklicken. Dann werdet ihr dort eingeladen und könnt dort hingehen. Dort kommen auch ganz viele andere Sachen. Deshalb lohnt es sich schon. Vor allen Dingen, je mehr mitmachen, desto mehr lohnt es sich. Deshalb würde mich das sehr freuen, wenn ihr dabei wärt. Gleiches gilt natürlich auch für den Livestream. Also freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal einschaltet beim Livestream oder eben in der Aufzeichnung. Finde ich auch ganz nett. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Oder ob ihr noch irgendwelche Fragen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr das schaut. Macht's gut. Tschüss.